Ich hoffe, ich hoffe, meine Performance passt, weil der Sumpf böse. Ne, Daniel? Ja, ja. Du magst lieber trockenere Gegenden, ne? Aber hallo. Na komm, gehen wir mal rein. Oh, das Gebiet ist ja nicht so deins. Kommt auf das Gebiet drauf an. Es ist schon mal kein Sumpf, aber das Spiel sagt trotzdem, ne. Nicht so cool. Moment. Nein, ich hab wieder irgendwas getriggert. Warum packen die die Gegner einfach nur 5 Meter weiter weg? Dass man nicht, sobald man in den Raum kommt, hier sofort... Ja, das ist echt doof gemacht. Ey, das für... Meine Performance ist für den Arsch. Immer noch nicht. Ne. Ich hab schon alles mögliche runtergeschraubt. Achso, du meinst jetzt Gegner. Ne, ich kann immer... Ja, genau. Ich kann immer noch nicht. Weil bei mir irgendwas... Irgendwas lebt hier noch. Ich seh aber auch nichts. Warte mal jetzt, da könnt's gehen, da kam ein Symbol grad. Ne. Hä? Ich hör auch noch was. Irgendwo hinter der Wand, direkt hinter der, wo wir es... Ach, da ist er. So, Feierabend. Können wir jetzt mal? Ne. Töte die Gegner in der Nähe. Ich bräuchte mal so ein bisschen Munition. Stachellager. Aber hier ist doch nichts mehr. Doch, da hab ich noch was. Oh Gott, was bist du denn? Hinter der Tür. Ah, weißt du was? Ist doch eigentlich egal. Ich mach mal... Mach mal Munition. Oh, oh mein Gott! Was hat der denn für Probleme? Huch, was ist da denn noch? Oh, der kommt mit Kuba. Ah, ich blockiere ihn aber. Siehst du, ich leiste auch noch meinen Beitrag. Sehr gut. Ja, jetzt kommt er. Oh, da hüpft er wieder. Macht Big Kuba Blatt. Macht der Matsch. Kannst du den Kampfer ein bisschen hierher verlagern, damit ich was sehe? Ich bin froh, wenn ich ihn umhau. Na komm. So, das ist ja. Hast du noch was gesehen? Warte mal, kann ich den jetzt noch aufstellen oder bist du schon hin? Oh, ich bin auch da. Oh, ich bin auch da. Äh, wir haben doch den Checkpoint jetzt noch gar nicht wirklich genommen, oder? Also, das heißt, wenn wir draufgehen, dann spawnen wir wahrscheinlich wieder irgendwo im Nirvana wieder. Richtig. Weißt du, wir müssten ihn doch nochmal aktivieren, auch wenn wir die Gegner nochmal machen müssen. Richtig. Deswegen, dass es jetzt unglaublich dumm war, dass ich jetzt ein Moneypack gezündet habe. Richtig. Na, sehr gut. Machen wir die Gegner nochmal. Jetzt erstmal nachladen. Hab keinen Platz. Hab keinen Platz. Dann lässt es auch noch gleich was, glaube ich. So, jetzt wird sich aber nichts mehr aufgeführt, Mann. Was macht denn das Zeug eigentlich? Wollen wir erstmal da nach rechts? Ach, guck mal. Ja, da hat uns jemand eingeladen, glaube ich, gerade. Aber ist der Dig jetzt gar nicht respawnd? Doch, doch, ich denke schon. Oh, ich finde uns. Oh je, 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 das ist wieder so mehrstöckig. Hm. Äh, was ist das denn? Achso, ne, da, okay. Also einmal im Kreis gelandet. Nun. Verstehe. Hä, wo kommen wir? Hä? Ja, wir laufen gerade auch im Kreis. Ja, sind auch heute gerade im Kreis gelaufen. Oh, da ist noch was Blaues. Blaues heißt, ähm, Fertigkeitsbund. Warte mal, wir haben aber gerade noch irgendwas freigeschalten. Irgendeine Rüstungsdurchdringung oder so, was ist? Ah ja, Rüstungsdurchdringung. Schaden, Rüstung, 1%. Ich habe schon wieder das Skillpunkt. Hm. Ich warte hier. Ja, oh. Bin sofort da. Oh, Moment, da liegt noch Loot. Hoppala. Oh Gott, ey, er schreckt mich doch nicht mehr. Ich dachte mir, die Sackli, die muss ich mal aufschießen. Oh, da kommt was. Machst du einen Sackli? Oh, Moddenmann? Moddenmann Nummer 2? Oh Gott. Wo ist ein Moddenmann hin? Oh, da kommt was. Oh, danke. Mann, was... Oh Gott, oh Gott, ich bin gestahnt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der teleportiert sich so ein bisschen. Bist du denn für ein Ding? Nein, jetzt muss ich den letzten Treffer nachladen. Oh, komm jetzt, geh weg. Jetzt ist er wieder bei mir da hinten. Ich habe keine Mund mehr. Kann der mal drauf gehen? Nein. Adieu. Hilfe. Alles in Ordnung bei euch. Meine Güte. Hey, du bist der Held der Folge. Das war jetzt aber fies. Drängen die mich zurück, mitten in den großen Heini da rein. Und der stand mich halt gleich mal. Und dann ging es halt rat, rat, rat und dann war ich tot. Rat, rat, rat? Ja. Ah, das ist eine Kiste. Da hinten geht es noch weiter. Was war denn da hinten jetzt bei dir, wo du jetzt mit dem Kollegen da warst? War da noch irgendwas? Da sind wir noch hergekommen. Da sind wir noch hergekommen. Okay. Manchmal verliere ich auch so ein bisschen die Orientierung. Oh, Glieder. Klingenstein. Eine Ringe. Was macht die Klingenstein? Aufklappen, nahe Kampfangriffe, bewegen im Effekt Blut in der 20... Ne, mh, mh. Ja, er ist aufgeladen, das war das Problem. Das mache ich halt selten. Ich vermeide Nahkampfwaffen immer noch. Wie der Teufel das Weihwasser. So. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen... Achso, da wo du bist, vermutlich. Ja. Mit gerade so ein kleines Munitions... Oh, hinten. Achso, habe schon 102 so viel los. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist wieder so ein blödes Ding. Komm gleich um die Ecke. So ein Schreier. Na, kommt er oder? Ja, jetzt kommt er. Oh, jetzt kommt er auch super fett. Oh, komm mal wieder so ein... Oh, ich kann mich noch mal heilen. Shit. Moment. Doch, Tricks 17. Moment, mach eine Eilung. Und down. Warte mal, bleibt bestehen, dann kannst du den so voll heilen noch. Meine Güte, ey. Ich frage mich immer, wie man da... Oh Gott, ich brauche mal Munition für meine kleine Dingswaffe. Wie man die Skillung am besten hier machen sollte. Ich pack da einfach rein, wo ich gerade Bock drauf habe. Aber irgendwie so einen wirklichen... Dings habe ich da jetzt nicht. Gibt mir sicher da wieder irgendwelche Vorteile, die ich mache. Nee, das geht mir so auf Piss, ne, mit diesen Frames. Vor allem, das ist nur in der Aufnahme. Hier im Spiel selber, bei mir, ist das gar nicht, ne? Ich spiele das Ding flüssig. Machst du nebenher bei Oberst die Vorschau an, oder was? Ja, auch, aber das macht normalerweise nicht so viel aus. Doch, die frisst Performance. Ich kann sie mal ausmachen. Oh Gott. Keine Munition mehr? Ah. Nö. Äh, wenn... Du da... Nö. Hat nichts gebracht. Ich habe keine Ahnung, was das momentan ist. Es macht so keinen Spaß, ganz ehrlich, aufzunehmen. Das kannst du dir keinen antun. Jetzt ist es wieder auf 60, ne? Problemlos. Es ist... Jetzt geht es wieder runter. Es ist... Keine Ahnung, was da, äh, schief läuft. Oh nein, das ist wieder so ein Schreier. Oh, großer Popa. Äh... Was aussieht, wie bei Chabat der Hut, das ziehe ich unten im Keller. Ja. Das passt nicht mehr. Da ist wieder so ganz schön alles verschachtelt hier. Da ist wieder so ein Schreier. Sag mal, ich glaube, ich habe auch noch irgendwo was gehört. Ja, aber dann komm zu dir. Ne, du bist da geblieben. Ich bin nur auf dem Balkon. Ich muss jetzt eh runterspringen. Da ist nur eine Kiste. Was ist der denn? Wo ist die denn? Aua. Oh Gott. Ich bin tot. Oh Gott, nein. Kein gutes Timing hier, um einen Mangel zu haben. Ach, ja. Trifft er mich schon wieder. Ach, du heilige. Ich glaube, irgendwie heilt er sich auch mal. Lass mich doch. Bitte. Okay, hab ihn. So, ähm... Sekunde. Ich hab dich. Uiuiuiui. Eigenschaft freigeschalten. Erweckungsprediger. Aha. Was macht das? Videobelebungsrate 5% schneller. Na, siehst du. Das ist ja fast wie ein Skyrim. Umso häufiger man irgendwas macht, umso besser wird man dabei. Ja, dann müsste ich aber halt den Superskill für sterben kriegen. Ja, vielleicht kriegst du dann ja mehr Hilffreunds oder so. Jetzt erstmal nachher ab. Voll. Nochmal diese Eier da oben. Boah, da geht's auch nochmal runter. Oje, 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 oje. Ich hör doch schon wieder irgendwo was. Ach, da bei dir war das. Okay, da geht's weiter. Warte, von hinten. Da kommen wir da so ein Schreier. Oben Deckel. Hat sich zu Tode geschrien. Ja, da kommt noch was. Ah ja, besondere Kleinvieh. Ach, hey. Da geht's auch noch runter? Ja, also hier ist eine gelbe Tür. Ja, dann gehen wir gelbe Tür, hätte ich gesagt. Ja, warte mal. Ich glaube, hier treffen wir uns eh in der Mitte. Hier unten. Ah ja, sieht so aus, ja. Ja, Checkpoint wäre cool. Wenn einer von uns stirbt, ist es dann sowieso tot, ne? Also, per A ist sofort tot, quasi. Da ist noch eine Küste. Hä? Geht's doch nicht rein. Oh, doch. Mit Gewalt. Aber sicher doch. So, da leh. Ja. Ich denke mal, nach der gelben Tür haben wir wieder Dings. Anders gebiss. Ach so, ja. Und vielleicht ein Boss. Hm, ich geh mal davon aus. Ich geh mal davon aus. Simulacrum. Lebendiges Potential. Eine formlose, brudelnde Masse. Mhm. Ja. Da ist einmal Checkpoint. Muni! Sehr gut. Ja. 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 Bossi-Boss. 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 Na dann, ich hoffe, du bist bereit. Stacheldrohen. Was bist du für ein ekliges Ding. Ach, du heilige Scheiße. Mit den Augen könnte man drei gewinnt spielen. Oder vier gewinnt. Wie bleibt der da hinten? Ja. Der hackt sich da durch hier. Oh Gott. Der schießt ja auch noch dadurch. Ich bin tot. Oh Gott, was macht ihr da? Jetzt bin ich tot. Ich hab dich zu Tode gerettet. Ja. Jetzt fliegst du wieder. Oh Gott, ich bin schon wieder tot. Alles klar. Diese Sense, wenn du da einmal nach vorne hackt, das ist böse. Boah. Erwischt. Bin müde. Wow. Der hat aber ganz schön viele Hitpoints. Da muss man das Muster aber ganz schön langen können, du. Und vor allem, der macht ja da am Boden auch noch so komische Stacheln immer raus. Ich weiß nicht, ob man die... Ja, ich sag mal, vermeiden kann vom Schaden her. Ich werde mal meine Sniper ausrüsten, weil die einfach mehr Schaden macht und gebe dem noch den Perk, dass der Gegner, wenn er mich trifft im Nahkampf, dass der, ich glaube, 177% davon zurückkriegt. Warte mal kurz, dann mache ich vielleicht auch nochmal... Ich guck grad mal. Ne, ich hab keine Baffe, die außer der Sniper so gut gewinnt. Oder? Warte mal. Reflektiert 174% des erlebten Nahkampfschadens und verringert Daumen bei dem Treffer. Jo. Das hört sich gut an, dann kriegt er doch gleich mal einen aufs Maul. Warte mal, göttlicher Nektar. Der erhöht die Rüstung um 10% hält eine Stunde lang an. Na komm, was soll's. Rein damit. Sind wir soweit? Ja. Wo bist denn du? Ach da hinten. Ach da. Ey, wieso laufe ich mir einfach durch? Ich war nur davor gestanden. Ne, 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 ne. Ja, das ist ja geil. Ich komme hier durch die Tür und kriege ich sofort einen in den Backen. Alter. Ich bin tot. Ja, jetzt fühle ich auf. Ne, tun wir mal her. Ist da bei dem irgendwie so ein Speed-Spot? Hä? Wow. Das ging schnell. Ja, auf ein neues. Jo. Na, klasse. Ich komme reingehörig an das Maul. Ah, Maxi wurde da raus. Feuer. Wow. Ähm, also wenn du Bock hast und es schaffst. Wie, du bist schon wiederfahrt? Schon wieder? Ich habe hier alles abgekriegt. Warte mal. Ich muss das Maul weg. Achtung. Das Fallen und Licht am Boden. Aber jetzt los. Ich habe keinen Platz. Oh, ich habe keine Munition mehr für die... Oh, nein. Oh, meine Witzbolle. Was? Oh, wow. Ja, klasse. Was wird das denn jetzt da, bitteschön? Der hat einmal dadurch von... Durchgesabelt. Ja, der macht komische Move. Ja, gut. Also die ersten checke ich jetzt da, was er macht. Dieses... Da muss man einmal nur kurz wegrollen, wenn er einen dann anvisiert mit dem Stachel. Aber der zweite Move? Oh, Gott. Was? Wie sollst du den entkommen? Wie sollst du den entkommen? Oh, ich sehe mal... Gott, du nicht... Hä? Mit was denn? Ach, jetzt wieder dieses... Oh, come on. Oh, nee. Ja, okay. Diese kleine... Diese kleine Mulde in der Mitte darf man immer drinstehen. Da kommt man auch nicht rechtzeitig weg. Wenn der da diesen Stachel macht. Das heißt, man muss dann... Da darf man nur rein, wenn der gerade wahrscheinlich seine Sichel da... beim Phasenwechsel oder so macht. Also, nochmal. Wir bekommen Versuch! Was? Jetzt wieso macht er die Sichel denn sofort hier? Ich bin in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten! Ne. Ich falle wie eine Fliege. Es hätte klappen können, mit der Heilung. Wie, das hat man? Punkt. Ne. Was, so eine Millisekunde vor, bist du weg. Ne. Das passt nicht. Wow. Schon wieder... Oh, man. Ich habe in dem Moment... Ich konnte jetzt gar nicht mich drehen. Nein. Nein. Ei, ei, ei. Was sieht man hier aus heute? Ei, ei, ei. Das ist so ein Assi, ne? Ja, ich bin tot. Ja, ich bin leider auch immer so gut wie tot. Ich kann immer heilen, oh scheiße. Ich habe auch keinen Wings mehr. Wow, 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 wow. Ist er tot? Ne, ich versuche ihn immer zu heilen. Ich probiere mal was, auf die Gefahren, dass ich jetzt tot bin. Okay, das bringt gar nichts. Jetzt bin ich auch tot, wow. Der Schlecht hat mir auch ordentlich was abgetoben. Ich möchte mal kurz nachschauen, ähm, also, ähm, die Runde kannst du gerade jetzt mal vergessen, was wir jetzt machen. Ich möchte einfach mal schauen, ob Nahkampf ansatzweise einen Schaden macht. Nenn mal nur so Interesse halber, weil zum Glück weiche ich einfach immer nur aus und, äh, setze dann mal einen Nahkampf im Treffer, wenn ich dann mehr Schaden mache. Äh, okay. Gefühle treffe ich ihn gar nicht, also, ich treffe ihn gar nicht. Kannst du vergessen. Nahkampf ist nicht. Boah. 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 Vielleicht sollten wir unser Feuer mal woanders drauf konzentrieren. Kopf, Kopf macht kritische Treffer. Ja, aber vielleicht soll, vielleicht schaffen wir auch seine, seine Kralle kaputt zu machen. Ist ja auch öfter bei den Spielen. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Ja, jetzt wird jetzt nach zwei Treffen, wenn wir jetzt nicht gleich kaputt gehen. Ja, ja, okay, ich bin aber nach zwei Treffen kaputt. Einmal gegen die Ecke gerollt und dann will ich nichts mehr mit ausweichen. Puh. Da haben wir jetzt einen richtigen Arsch. Ja. Einen Arsch kann man bestellen. Willkommen bei Dark Souls, ne? Auf jeden Fall, was wir machen können, wenn der wieder zusammensackt, ne, wie gerade eben, das eine Mal, dann kannst du mit Nahkampf voran und kannst ihn, kannst ihn rein prügeln. Ja, ich hab aber gerade, als der zusammengesackt war, als man dich wieder aufgekommen hat. Ja, ja, ich sag's ja nur. Also noch einen Staffel versuchen. Oh Gott. Du zreckiges Arsch. Oh oh. Also ich schieß grad permanent auf seine, auf seine, äh, Kralle. Das ist jetzt glaube ich nix mehr. Nicht wirklich. Aber ich hab da grad so einen kleinen Sweep-Spot erwischt. Nein! Oh man, in der Rolle. Äh. Oh, come on. Wieso bin ich jetzt auch tot? Der hat einmal diesen Sidesweep gemacht und du warst wahrscheinlich auch, ähm, in der Rolle oder halt, hab bisschen ausgewichen. Du musstest halt mit Rolle ausweichen. Nur wenn du halt gerade in der Rolle bist, dann, ja, ich würd sagen, einen Versuch machen wir noch, oder? Ja. Okay. Na, was mach ich denn hier? Hallo? Machen wir mal deine Fähigkeit. Hä? Kannst du mal bitte nachladen, Luo Hong? Ach, du Scheiße. Na, sack zusammen. Okay. Okay. No, ich bin tot. Oh man. Oh no. Da sind wir gleich noch welche. Bin dabei! Boah. Joa. Könnte sein, dass wir uns da ein bisschen die Zähne ausbeißen, ne? Hm, ne. Ich hab da so einen schönen Punkt. Der erwischt mich da auch mit seinen Kumpelsen. Hey, halt mal, halt mal, halt mal. Was denn? Ich will nochmal einen Versuch starten. Episoden-Ente. Starten nochmal, Versuch. Jetzt macht er wieder Überlänge. Hat er aber niemandem Zugabe geschrieben. Äh, jetzt schrieben. Sag mal, warum trifft er nämlich? Ich roll doch weg. Ah, okay. Jetzt ist das auch auf mich. Ausnahmsweise mal. Oh Gott, ich bin schon wieder hin. Oh. Einmal nach rechts hat ich gerollt. Ich seh die Animationen kontrollen und... Ah, ich bin schon wieder hin. Boah, meine Waffe macht jetzt so gut wie keinen Schaden. Naja, ich hab auch das Gefühl, dass wir da irgendwas anderes brauchen, vielleicht als Waffe. Der steht ja auch robust dabei, bei dem Tiny. Wie, als wenn wir da irgendwas Panzer brechen, dass wir das verbräuchten. Okay, die Waffe macht gut Schaden, seh ich grad. Ach, komm schon! Du fett Malle deines Drecks, wie ich bin hin. Du auch nix? Nö. Machst du nicht. Nee, 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 kannst du nicht nix machen, ich bin komplett hin. Dann hab ich jetzt ein Problem. Jetzt erst mal nachladen! Ja. Also, du machst ihn. Nachladen, heilen ist nicht so. Na gut. Ja, wir schaffen fast die Hälfte, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage, ne? Ja, da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Hihi. Tschüss.